Heeeey Leute und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft TomCraft. Heute habe ich mir endlich mal vorgenommen, weil ich das einfach schon so lange eigentlich machen wollte, dass wir einfach in eine Miene gehen, in eine Höhle. Wir wollen uns nämlich endlich mal ein bisschen Eisen oder sowas beschaffen oder halt, ja, holen, haben, weiß ich nicht. So, und wisst ihr, das Beste ist, wenn man ein Haus baut, dann fällt einem nämlich die ganze Umgebung auf. Und wisst ihr, was ich gefunden habe? Genau, dieses riesige Loch. Und wisst ihr, ein Haken gibt's da gerade noch. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich da von unten wieder raufkommen soll. Habe ich Erde? Ja, ich habe Erde. Na dann wird das ja alles kein Problem. So. Das ist alles ja beim Hausbau, da Boden ausgelegt und so. Ja. Okay. Dann gehen wir da jetzt rein. Drei, zwei... Ich sehe schon Eisen, wartet. Drei, zwei, eins. Oh, nicht ganz. Naja. Aber jetzt. Block. Natürlich, ich bin wieder der Beste im Block platzieren. Und hier nehmen wir uns schon mal Eisen mit. Äh. Tschüss, Zombie. Tschüss. So. Nehmen wir uns hier mal dieses ganze Eisen hier mit. Zack. Und zack. Und zack. Und alles ist abgebaut. Oh, shit. Wir haben hier einen Weg gefunden, wie sie raufkommen. Warte. Zack. Ne, hier. Ne. Ach, egal. Warte. Mach einfach hier vorne zu. Alter, die kommen hier rauf. Jetzt geh einfach weg, Zombie. Keiner mag dich. Geh einfach weg. Und da unten ist auch noch was. Alter, ist das hier riesig. So, hier können wir uns auch noch Eisen holen. Das schmeißen wir dann alles nachher oben in den Ofen. Und hier ist eine Fledermaus, aber die sterben nicht, weil Fledermausen machen in Minecraft sowieso gar nichts. So, wir holen uns hier auch ein bisschen Kohle. Aber Kohle ist jetzt nicht so interessant. Aber können wir da drüben lang, ist die Frage. Es sieht schlecht aus. Also, da drüben... Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Fürs erste Mal nicht. Fürs erste gehen wir mal hier runter. Da geht's verdammt steil hinunter. Geh weg, du Zombie. So, zack. Und hier... Doch, hier ist was. Eisen. Und noch mehr Eisen. Ich hatte mal eine Welt. Da habe ich immer jedes Eisen... Oh, shit. Jedes Eisen habe ich immer mitgenommen. Oh, shit. Ich sterbe. Ich muss was essen. Da kommt der Nächste. Was geht hier ab? Wieso sind hier so viele Zombies? Mein Schwert geht auch bald kaputt. Aber was wollte ich jetzt eigentlich nochmal sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber hier können wir uns auch ganz, ganz viel Kohle eigentlich mitnehmen. Hier ist so eine ganze Kohlewand und alles. Ja. Hier haben... Wow, ich habe das eigentlich noch nie in Minecraft gesehen. So eine Ledermaus an der Decke. Das war gerade voll ein cooles Erlebnis. Und als ob das... Jetzt habe ich da Eisen hin platziert. Erstmal den Zementar mit dir Eisen. So. Okay. Einfach wieder hochbauen. Zack. Okay. Das Kohle nehme ich mir einen anderen Mal mit. Das finde ich jetzt nicht so toll. So. Hier nach unten ging es noch und hier hinauf ging es auch noch. Aber da hinauf, das ist glaube ich nur... Genau. Das ist nur sowas hier. Was geht... Ah, hier geht es auch noch runter. Das haben wir ja vorher gesehen. Okay. Das ist glaube ich ein bisschen interessanter. Hier. Okay. Übrigens, ich produziere hier gerade vor, weil ich dieses Wochenende sehr, sehr viel zu tun habe. Also ja. Okay. Einfach runter. Oh shit. Das war ein bisschen zu weit. Und die Zombies springen auch noch runter. Oh shit. Der hat MLG gemacht. Und ich habe kein Schwert mehr. Ich muss mir gleich noch eins kraften. Ah. Shit. Es geht noch. Es geht noch. Also Zombies sind jetzt nicht so stark. Huh. Aber mein Schwert ist gerade einfach kaputt gegangen. Okay, dann hole ich mal die Werkbank her. Hier, zack. Zwei... Ne, einen Stock. Und zwei Koppel. Okay, zack. Werkbank wieder abbauen. Ab damit ins Inventar. Und da hoch bauen zum Eisen. Okay. So, einfach abbauen. Zack. Wir haben schon wieder nur noch ganz wenig Zeit. Die Zeit vergeht und mein Video ist auch immer so schnell. Oh man. Okay. Ja. Oh, Eisen. Noch was. Wartet. Übrigens, ein Überlebenstipp von mir in Minecraft, für alle die Minecraft spielen. Baut niemals einen Block, so wie ich es gerade gemacht habe, einen Block unter euch ab. Denn wenn da Lava ist, dann seid ihr tot. Also so gut wie. Aber okay. Oh. Noch mehr Eisen. Hä? Ja. Wartet. So. Und das hier noch abbauen. So, wo ist das ganze Eisen hingeflogen? Ist da was runter? Oh nein. Sag mir nicht, dass was runter... Ach. Wäre ja auch jetzt egal. So viel Eisen brauchen wir dann auch wieder nicht. 42 Eisen, das ist schon okay. Und hier ist das nächste Eisen. Super. So. Okay. 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 Eisen ist abgebaut. Eisen ist im Inventar. 55 Eisen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Hier geht es nicht weiter. Aber ich muss jetzt eigentlich schon die Folge beenden. Gut Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wenn... Oh. Wenn es das getan hat. Und vielleicht sogar ein Abo. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haus rein. Und ciao. Leute. Tschüss.